Sack halt, dass du weiter rennst. Äh, kurze Frage Silberschild. Ja? Hattest du erst schon mal, dass auf einmal nur noch dein Char und alle Namen zu sehen sind und die Menüleiste der Chat und alles andere weg ist? Ne, hatte ich noch nicht. Verdammt. Ich werde noch einmal rausgeschmissen. Regelmäßig. Also ich nicht mehr. Also, dass sich das Spiel komplett zumacht. Ja, das hatte ich auch ein paar Mal. Aber das ist gerade richtig nervig. Das kann ich mir vorstellen. Ja und mal neu starten, mal das Spiel ausmachen oder einmachen? Ja, wir sind in der EU. Also. Wie gesagt, zu lange spiele ich noch nicht, aber das muss ich noch nicht nehmen. Wie lange spielst du schon? Äh, fünf Tage. Vier Tage. Fünf Tage. Wie bist du auf das Spiel gekommen? Ich hatte mich damals für ein Beta-Key beworben, hab aber keinen bekommen und hab dann irgendwann, ich weiß nicht, ganz aufgehört. Und jetzt ist es mir durch Zufall wieder eingefallen, dass ich das mal spielen wollte und hatte mal Zeit langweil und da hab ich es mir runtergeladen. Und wie alt bist du? 24. Welchen Charakter hast du? Waffenmeister. Waffenmeister. Waldmeister. Boch. Der T-Attack ist echt cool. Die bringt... 5% mehr prozent schneiden Kannst du das noch upleveln? Wie? Kannst du das noch upleveln? Ja, klar Das ist die letzte Attacke Ich will an die level 60 werden, das nervt Kann ich sogar noch oft upleveln Ach lol, ich kann ja sogar schon die Drachen-Gott-Meisterschaft nehmen Nee, erst uplevel 60 Ah Kann ich sogar noch 10x upleveln Von 2,5 Wird immer besser Ich glaube, du bist ganz clever, das upzuleveln Ähm, du kannst deine ganzen Meisterschaften Skipper wieder zurückschätzen Ja, ich weiß Aber ich war Ich bin die ganze Zeit zu faul dafür Weiß immer nicht genau, wie soll ich das jetzt einstellen Und das Weg jetzt aufskillen Ja, ich hab auch keine Ahnung vom Mackenleifer Ja, da gibt es nicht viele, die ne Ahnung Ich bin ein Tobi auf die Ego verskillt Echt? So voll falsch, oder wie? 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 Fütende Zauber, Missgeburt. Kannst du grad auch nix machen? Ich geh's mal auf die Blumen, weil die nerven mich übertrieben. Yopono kannst du dir auch auf die Blumen geben. Naja, ist jetzt nicht gut. Einmal. Jetzt kann ich wieder was machen. Yopono, voll konzentriert. Ist auch schon tot. Kann ich brauchen, kann ich brauchen. Brauch ich mich. Yopono, bist du noch da? Ja, mein Gott. Ach du warst schon wieder so... Hä, lol, da sind immer noch Gegner. Und ich will grad so meine Sachen anziehen, die ich so neu bekommen hab. Wollen wir schon wieder voll gestern und kann gar nix machen. Also du darf genug leben, brauchst mir ja keine Sorgen machen. Aber ich kann gar nix machen, außer ganz normal hauen. Ja. Ich muss das für die Meisterschaft machen. Nee, für die Meisterschaft. Nee, für die Meisterschaft. Nicht mehr, aber für diese Hauptstory-Quest. Ey, aber wenn du... in den Drachen, ne? Wenn da irgendwas, ähm... an leichter Rüstung oder Stoffrüstung ist, was entweder Wildheit hoch hat oder Chance auf kritische Treppe oder Stärke kritischer Treppe hoch, das hätte ich gerne. Also nochmal. Irgendwas, was entweder Wildheit hoch macht oder Chance auf kritische Treppe oder Stärke kritischer Treppe. Äh, Jo, was wollte ich denn gefunden? Wo ich unten im Infraum saß. Ich, äh, ich wollte dich kurz was, äh, dich kurz was fragen. Für eine Stichung oder hast du eine Antwort dafür? Ja, das, äh, hast du jetzt erledigt. Achso. Ja, erledigt. Ich habe jetzt eine neue Frage und klar, ähm, sehe ich jetzt nur noch meinen Charakter und die Menüleiste und den Chat und so und nicht mehr. Hast du da einen Tipp? F12. Macht der eigentlich die Anseite unten? Ah, du bist ein, boah, danke. Macht der eigentlich die Anseite unten? Ich bin gerade allein, ich bin gerade allein. Ich bin gerade allein. Kai Kai, ich bin gerade allein. Hallo. Hallo Kai Kai. Äh Kai Kai? Ja? Hättest du jetzt nochmal Zeit? Ich warte immer noch. Okay Gaming, bis gleich. Wie lange hast du noch sofort zu warten? Bis er kommt. Bis er kommt. Bis er kommt. Das ist ein Drache, der ist verdammt selten und er hat keine feste Spawnzeit. Ja, ich warte immer noch auf die Klampe. Ja, ich warte immer noch auf die Klampe. Kann man die noch im Shop kaufen? Nein. Oder doch? Warte mal. Ey, hier ey. Ich meine ja für Dias. Silber. Hm? Ich guck mal. Vorhin war ich mit Rexy und seinem Vater im Tester unten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. dass er hier so eine Sorge war. Er hältst du Quatsch die ganze Zeit. Dein Vater sagt nichts. Ich tue so jetzt recht so zu. Und dann kommt er auf einmal bloß. Ich muss hier die ganze Zeit Ratten abschlachten. Wo ist mehr das? Nein. Nein. Der hat das halt ignoriert, was sein Sohn abgeführt hat. Ähm. Und dann meinte er doch, ähm. Nächste Woche ist das mit dem Zocken sowieso super. Ich hab doch gesagt, ihr musst mal richtig faul in die Fresse hauen, aber voll geil Granaten. Ne, ich hab auch gesagt, am liebsten, dass ich mich richtig durchgestiegen habe. Achso, Kai Kai, wie ist das jetzt eigentlich nochmal mit der Batzlust? Das muss jetzt nochmal erklären. Ja. Ich hab schon gefragt, die besitzt keine Batzlust. Das schafft, der gefällt euch gleich an, du hast jetzt noch mal eine Batzlust. Okay. Ich hab leider keine Fester. Und nein, den Drachen gibt es nicht im Shop. Hast du den Sachen gesehen, die ich nicht mehr gekauft habe? Ja, den hast du ja oft genug gefordert. Ich weiß. Ich finde es zu sehen. Und außerdem dürfen die Kai Kai jetzt nicht mehr erhören, weil sie steht unterm Schutz von meiner Frau. Das ist voll offen. Dumm, dumm, dumm. Ähm. Sieht halt aus wie jeder andere Drache mit dem Modell, ne? Ich bin begeistert, Kai Kai. Ich bin begeistert für deine aufopferungsvolle Art. Ha? Ja. Warum? Eiskalt und so richtig glatt. Nee, sieht halt aus wie jeder andere Drache mit dem Modell. Ich muss den hier Abschnurk machen. Ja, aber er hat nicht mehr eine coole Farbe. Wie zum Beispiel ihr Winter. Das ist einfach nur ein fetter, grauer Klops. Ja, und das mag ich an den Drachen. Weil er fett und grau ist. Ja, der sieht übel knuffig aus. Fett und grau für mich, du knuffig. Ja. Und noch orange, Leute. Das schreibe ich gleich immer. Kannst du mal. Egal. Wie geil. Sag mal einen Drachen, mir egal was ihr sagt. Haha. Ja. Ich steh zum Anbrachen. Bearmt zu tönen, dann heirat ihn doch. Ja, kann man leider nicht. Weißt du was geil aussieht? Ich. Der da. Genau gleichzeitig. Ich, ich. Der sieht geil aus. Ja, ich, 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 ich. Nimm ich mir. User left your channel. Er verbissen dich wieder alle. Ja, mit ja. User left your channel. Ha. Wollen einfach nicht alle aufgenommen werden. You was moved out of your channel. Wer ist jetzt alles noch da? Ist hier vorne noch da? Hallo? Alle weg. Ich glaube, Jofonus ist noch da, aber der hat sich konzentriert. Ja, Jofonus. Der konzentriert sich halt immer noch am zocken. Gleich kein Nupio und Silberschild sind in den Nupsi Bunker gegangen. Ich weiß. Willkommen bei Stream. Mir war auch irgendwie ein bisschen zu dumm, den ganzen Tag auf so einen scheiß Drachen zu warten. Kann man ja mal machen. Scheiße, nicht einfach. Aber das würde mir schon ziemlich langweilen. Oh, na, bloß wenn er so selten... Nicht. Warte mal. Ja. 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 Ja, ja. 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 anwesend bis auf die ganze Zeit telefonieren nicht mehr wie du bist im Bett auch nicht mehr die ist im Bett Alter gar warte wird ein Handy tun weil ich finde das ist der Handy gut aus du hast den ich hab guck mal meine an ja ich bin meiner auch über den Herzen aber das ist der Beste den ich hab meine gesamte Ausdruck so sieht für mich scheiße aus ja warum machst du mich weg man kann doch ankreuzen man kann doch ankreuzen ob man den Seelen will oder nicht ja ne trotzdem packst du also kann nicht gehen